Halle GFC gegen Ferrell, mein Tipp von Halle wird 2 zu 0 gegen Fell, wird verliere Fell, Halle wird gewinnen mit 2 zu 0. Eintracht, Braunschweig gegen 68 München, 68 München wird gewinnt mit 1 zu 0, Würzburg gegen SFC Magdeburg 2 zu 2. Fikoria Berlin gegen Waldorf-Mannheim, 3 zu 3. SFC Kaiserslautern gegen Zwickau, 1 zu 0 von Kaiserslautern. Fikoria Kohl gegen Freiburg 2 zu 2, 1 zu 1. Türkische München gegen Oserbrück, Oserbrück gewinnt mit 1 zu 0. Borussia Dortmund 2 gegen MSV Duisburg, Dortmund gewinnt mit 1 zu 0. Würzburg gegen Saarland, Saarbrücken, Würzburg wird gewinnen mit 1 zu 0. SFC Kaiserslautern gegen HBC 1 zu 1. Und... ... ...